und die jahre leute haben herzlich kommen jetzt einer weiteren folge im Minecraft der Gleitsamt macht den Futur 3 ich will das schaue ich mal wissen lassen ich habe hier gerade mal fest wenn uns den um das Programm M1 sagt aber aber war mit dem Namen mobfarm geholt Prozent das war das Programm was ich das letzte mal haben wollte was aber scheinbar standardmäßig in der mod nicht dabei ist was ich eigentlich gedacht hatte dass es so ist auf jeden Fall haben wir das ganze jetzt auf mobfarm auf unserer turtle gespeichert die turtle hat von mir jetzt einfach mal den Namen boss mit dem Befehl labels set boss bekommen jetzt würde ich sagen geben wir dem ganzen ding mal noch ein bisschen energie wie viele hat das ganze energie und jetzt starten wir es mal und futter sei leise die noch was sagen nein doch das ist nicht die Berichtigung du hast nichts drauf du hast wirklich nichts drauf und stirbt dabei einweiter scheiß labfaktor Programm Mobfarm wurde gestartet Usage Excavate so zuerst die richtung 0 für nach unten gibt es keine marbeltreppen ist ja wohl gehe ah ok Mobfarm ok dann schreibe ich jetzt Excavate der Leder ist einfach Hammer das heißt nochmal Treppen auf Englisch die Weite das heißt was Stairs Steps nee das heißt wir brauchen ein 9 mal 9 mal doch Länge des Tunnels ach nochmal 50 Direction 0 äh das jetzt ich kann nochmal auf Stone of Greenstone machen renn ok zweiter Versuch kommt man das rein tun öööö in den Ofen in den Ofen in den Ofen wir wollen ja wo der Schalter davor ist Ein Singularity-Compressor? Ja. Oder ist er die Figur? Nein! Query stopp! Stopp! Stopp Turtle! Turtle stopp! Du machst einen riesen Fehler Turtle! Oder Aloy Furnage? Ja genau. Aloy. Wo steht man das rein? Aber so rein. Da wo der Hopper drüber ist, wo der Schalter direkt davor ist. Also in den Hopper da? Ja. Wo der Schalter unter dem Ding ist. Genau. Da schmeißt es rein. Okay. Ich habe unsere Turtle mal wieder eingefangen. Wo kommt es dann rein? Ah. Ins System. Welches System? Das System. Das System. Das System. Wir nennen das jetzt einfach mal in den Mülleimer. So. Der Mülleimer ist das, wo alles drin gesammelt wird. Nein. Der macht daraus Sand, Alter. Das ist halt Kacke. Ich kann mir das rausnehmen. Jetzt haben wir genug Sand. Du musst es immer noch in den Ofen machen, ne? In welchen Ofen? Der ist unten rechts. Klappung rechts. Für Maikos musst du für Schilder anbringen. Ganz doof, ja. Ja, unten rechtsofen. Oh. Das habe ich dann. Das habe ich auch nicht geschleppt. So. Gucken wir mal. Das ist Induktion-Furnage. Da rein. Ja, okay. So. The fuel level is noch hoch genug. Mach doch dort. Mach doch dort. Ja, guck mal. Das und das. Das und das. Das und das. Das und das. Das. 9. Das. 9. Alles aus dem, was du nix hast. Wo du gesagt hast, ist es leer. Ja, ja. So. Probieren wir mal, ob das geht. So viel zu deiner Kompetenz als Minenarbeiter. Wo kommt jetzt, äh. Wo kommt jetzt, äh. Da war ne. So. So. Jetzt könnt ihr mal hier rüberkommen. Moment, ich muss erst das Zeug auch fahren. Dann könnt ihr mal gucken, was unsere nette Quarry hier so tut. Turtle. Turtle. Mit der Quarry hast. Ja, Quarry ist halt cool. Da gibt's halt seinen Scheiß auf und wir sind weg. So, jetzt gleich soll's anfangen, in die Tiefe zu gehen. Nee, nee, nee. Ah, zwei Teutsches brünnig. Brünnig. Donnig. So, jetzt, jetzt bitte grab dich dann in die Tiefe, meine liebe Quarry. Au, au, au. Hey, sie gibt der eine. Heiß Quarry. Hallo? Kannst du mir auf, meine zu geben? Ey, das war die Quarry. Was, was habt ihr eigentlich alle gegeben? Ja, sie hat mir drei Hits gegeben und dann hast du mir nochmal einen gegeben. Kann gar nicht sein, das war ein, war ein Leck. Äh, ein Leck. Vor allem deiner hat viel mehr Damage gemacht, Digga. Kann gar nicht sein, das war ein Leck. Hoffentlich wüsstet sie dich jetzt auch. Tu das aber mal hier. Besteigt sie einfach. Das wollen wir jetzt nicht machen müssen, aber... Das hört sie, sie wird Foto einfach in den Zugang runter. Also drunten ist nämlich direkt die Schlucht. So, auf jeden Fall macht uns unsere nette Turtle hier jetzt ein Loch rein. Foto, du kannst jetzt mal dann die Gänge links und rechts dazu bauen, ne? Am Arsch, ich geh jetzt Marvel farmen. Ja, ne, weil ich würd jetzt nämlich nicht... Also man könnte ja auch Marvel mit einer Turtle farmen. Da kann ja alles gut ein Turtle machen. Da hüben sie immer noch deinen scheiß komischen Test-Dinger. Hast du Test-Dinger? Die Redstone-Lampen. Ja, das ist doch gut so, dass die da sind. Weil das Problem ist, wenn die nämlich nicht da sind, dann hast du hier dauerhaft vier Zombies mindestens. Im Mindestens. Im Mindestens. Im Mindestens, ja. Wenn nicht, hast du mehr Zombies da. Dauerhaft. Ich hab auch vorhin schon geschafft, dass ich irgendwo hinter der Wand was gebaut habe. Ich kam wieder rein und hier waren einfach 20 Zombies drinnen. Hast du Pech gehabt, ne? Ja, und dann hab ich mich dazu entschieden, der Lichtanlage zu installieren. Da hab ein paar Fackeln aufstehen können, wäre günstiger gewesen als das ganze Redstone zu verballern. Ach du, Holz. Foto, wenn ich außerhalb der Aufnahme 5 Stacks Redstone oder so fahren, dann darf ich da auch wieder ein bisschen was verbrauchen. Ach. Haben wir irgendwo Holz? Nee. Da kommt das alles hin? In das System, in den Mülleimer. Alles in den Mülleimer. So, Foto, du bleibst mal hier in der Nähe, damit ich weiterarbeiten. Also, alles ist ein Scheißdinger. Ja, alles ist das System. Das System hat alles. Nein, kannst du alles reinlegen und alles rausnehmen. Geil, oder? Was dann einfach 200... Oh, ich... Alter, ich weiß, was ich jetzt noch machen muss. Hä, wo ist es noch mal... Ha, es habe ich wieder ins System geworfen. Ach, so fix. Wenn du es einfach drin liegen lässt... Keine Hebeumlegen. Hebeumlegen. Hebeumlegen ist gefährlich. Ich hab keine Hebeumlegen. Hebeumlegen ist gefährlich. Hebeumlegen ist gefährlich. So, ich hab ihn mal ein bisschen gefarmt. Alter, das muss echt mal in die Aufnahme reinpacken. Was? Na, der Laser, der Südbel. Fotoschießt mit dem Laser durch die Gehegnung, will ich es aufnehmen. Da muss ich mal gucken, wo sich das Loch... Markers, Markers, was sagst du jetzt? Markers? Warte. Muss man das Loch angucken, was ich... Ja, ich bin jetzt aber... Wie viel die Mensch? Drei. Drei? Drei? Das ist jetzt aber der Dianer, ne? Ja, drei macht das. Das kann ich nicht genau indifizieren, wie viel es war. Ja, warte, dann merkst du jetzt, wie viel hast du? Äh, hab grad. Warte, jetzt kannst du mal... So und drei Herzen, ja. Damit noch zwei. Drei Herzen, was hat er für eine Duration? Keine Ahnung. Ich geb dir das mal, das kannst du gebrauchen, vielleicht. Ja, wärst du jetzt einen Mülleimer, Digga? Alles in den Mülleimer werfen, was du nicht gebrauchen kannst. Das weiß schon. Oh, alt, hier noch halbherd zum Wichsen. Oh, was? Der ist auch einmal doch so stark. Ja, weil die... Dreimal irgendwie der Tristan hier... Ja, könnte ich dir jetzt noch eingehen, dann ist vorbei, oder? Ja, super. Dann ist das Lane bei Bumerang. Bei dem Diamant Bumerang. Aber was verballert du unseren Diamanten? Wow! Death Weapon! Death Weapon! Was bist du von oben? Ich hab' hier, wo er sich wissen, dass du kein Leben regeneratierst. Ey, hab' doch gesagt, du wichst ja nicht. Wo er sich wissen, dass du kein Leben regeneratierst. Hast du nicht gegessen, Digga? Natürlich regeneratierst du nicht, aber wenn du... Aber in der Zeit regeneriert man locker drei Herzen, Digga. Stell' ich nicht so an. Digga, Mann, du bist hier auf Brosse heute. Ja, echt, Markus, sonst ist ja voll am Abzicken. Ehm. Schlecht geschlafen, Markus. Wirst du drüber reden? Ja, ich hab' hier. Ja, ich hab' hier. Ich hab' hier geschlafen. Was sind wir als Sachen hin? Ja, die liegen da? Mach' Augen auf. Da, 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 da. Gar nix. Nein, er war mit einer sagt, da liegt gar nix. Hey, bei mir liegt gar nix. Herr Kass, ein Domara steckt hier im Boden. Hier liegt noch was, hier deine Brustplatte zum Beispiel, da in der Kiste. Ey, der bei mir, äh, er hat ja gesagt, jetzt verpiss dich mal. Jetzt verpiss dich mal. Jetzt weiß ich Ihnen hier deine Knochen. Ich lage die ganze Nacht auf die Stelle, wo du den Sachen liegen. Ich lage die nicht immer nicht unsichtbar. Ja, aber das ist ja alle eingesammelt. Jetzt ist doch, hier ist noch der Helm. Oh. Da. Mehr weiß ich auch leider nicht. Weil mir ist nämlich nicht mehr da. Was brauche ich denn nicht? Das brauche ich nicht mehr. Ein Bomarang tötet jetzt ne Kuh. Nein, nein, nein. Aber süchte sie nach. Wir haben nicht so viele mehr. Oh, mein Bomarang. What the fuck? Der geht richtig ab. Wenn du den in eine Masse reinwirfst, dann tötet einfach alles, was da drin ist. What the fuck? Wo ist denn da, wo sind die, die Turtle? Die Turtle? Die Turtle, die krept ein Loch bei der Mobfarm. Ja, aber wo ist die? Nach uns gekrept es sich. Da ist ein kommendes Licht. Ich höre das Graben. Ich habe Weizen verfüttert. Jetzt habe ich drei Karotten. Sehr schön, jetzt haben wir schon drei Karotten-Fotor. Die Höhen. Markus, wo bist du? Markus, wo bist du? Im Haus oder ums Haus oder wo? Außer Haus. Vorm Haus. Hast du Platz? Ja. Na ja. Du es halt einfach in die Kiste, wo ich Marble drauf geschrieben habe. Fotor, gib mir meinen Bomarang. Du einfach in die Kiste da rein. Ich habe eine eigene Marble-Kiste, Digga. Gib mir den Bomarang oder du bist tot, Fotor. Ich muss das erstes Marble-Vektor machen. Okay. Alles nicht Marble. Fünf. Vier. Drei. Ich habe keinen. Moment. So. Eins. Ich habe keinen Bomarang. Natürlich hast du einen. Du musst ihn eingesammelt haben. Oder Markus? Weil ich habe ihn auf euch geworfen und dann hat ihn irgendeiner von euch eingesammelt. Ich habe keinen. Er hat mich jetzt geschlagen. Der ist hier in der Chest, Digga. Markus? Ich habe da rein. Alter, wer macht hier schon wieder unseren ganzen Energiespeicher leer? Futur. Wo stirbst du? Von den Bogen jetzt habe ich auch einen Bogen. Was ein Bogen? Auf eine Kiste da rein. Hä? Nein, nix. Bogen. Die Waffe ist. Bummerang. Bummerang des Todes. Bummerang des Todes. Ich habe ihn wieder an die Wand geschossen, oder? Hä? Ne. Oder? Hä? Ich höre ihn noch, oder? Ne. Ne, er steckt hier in der Wand. Okay, dieser Bummerang ist ein bisschen freaky. Der fliegt immer noch weiter und kommt dann irgendwann wieder. Aber es sieht schon geil aus, wenn du den wirfst. So. Lang das mal aber jetzt, oder muss ich noch mehr formen? Ne, lang das mal. Hey, Markus, sieht das bei dir auch so aus? Komm mal her. Warte. Sieht schon geil aus. Was? Siehst du den Bummerang auch fliegen und ich den jetzt werfe? Ja. Jetzt kommt er gleich wieder zu mir zurück. Jetzt kommt er höher zurück. Ja, ich sehe ihn. Jetzt habe ich ihn verpasst, denn er steckt da hinten in der Wand und fällt runter. Wo ist er? Das liegt da hier. Du hast mal irgendwas geredet mit, äh, Ding, mit Elektrik, elektrischen Zäulen. Geweck. Ah, nein, ich habe dir einfach vor die Füße geworben. Was, er schießt, er läsert, er schießt, er läsert, ja. Okay, okay, Krieg am Ende der Folge wie immer. Krieg am Ende der Folge. Nichts Krieg. 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 Er schießt, er läsert, das ist unfair. Ah. Aber lieber runter, bevor mein Ding der ist. Warten wir eben im Haus drin. Das geht auch. Wo ist denn der Wichser? Was heißt hier ein Wichser? Was heißt hier ein Wichser? Oh nein, Spasti. Oh nein, Spasti. Versteckt sich. Brunnen oder was? Kann ich mir vorstellen. Oh, jetzt habe ich einen Fall auswählen geschlossen. Ich habe sogar zwei. Oh, ich muss wieder hoch. No. epische Sprung von oben. Oh scheiße. Oh scheiße. Ich habe leider keine Energie mehr vor, durch kann ich leider nicht one hit. Ich muss mich leider mit einzelnen Schlägen zählen. Oh no fuck. Oh no. Nein. Oh oh. Ich könnte noch mal brennen. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich bin im Brunnen und sterbe. Ich habe keinen Chatblick mehr. Lulodrone. Ich bin down. Ich bin außerdem in den Brunnen gesprungen. Ich bin außerdem in den Brunnen gesprungen. Ich bin außerdem in den Brunnen. Gehüft. Ach, schade nicht mehr raus. Ich war zu langsam. Sau nicht schlecht. Frag dir mal, der den Brunnen flog. Okay. Aber wie geil. Erstmal hier Chat wegholen und reinspringen. Alter, shit. Komm, geh rein. Komm schon. Aber ich hätte den Foto viel schneller tippt. Alter, warum hat der Foto so behindert einen langen fucking Bullshit gemacht, Alter? Ersteckst du wieder? Ey, wann stirbst du schon beim Runterding, Alter? Ist doch behindert. Ey, du musst halt den Fackeltrick verwenden, Digga. Ey, das ist einfach verreckt. Ey, ohne Witz, ich bau den Scheiß zu, Mann. Was brauchst du denn? Der muss ganz laut werden. Ey, du wirst... Mein mir fehlt jetzt, du wirst diesen Scheißbrunnen in Kleinanliegen. Nicht zum Bedrock. Ey, Digga, gib mir die Fackel. So pisst dich, Mann. Gib mir die Fackel, du klausst meine Fackel. Ich will deine Sachen holen, gib mir die Fackel. Ey, ich hab doch mal, ich hab' schon geholt. Ja, dann gib mir trotzdem die Fackel. Ey, das sei mal der Fackeltrick im Back. Hoffentlich verreckt dir das Foto. Hoffentlich, Alter. Nein! Ja, jetzt ist alles unten. Ne, der unten war nichts mehr. Wir haben deine Sache. Ja, aber Marco ist auch nicht mehr unten. Ja, die hat er ja schon wieder. Wow, obwohl die Energie leer ist, kann ich mit dem Schmerz one-hit, wenn ich ganz kurz rechts-links-Flick mache. Ah, ne, diesmal hat's nicht geklappt. Ich hab' auch falsch annehmen gehabt. Wow. Oh, der, ich hab' nur einen. Das ist die Hälfte über Markus auch wieder. Verpiss dich. Alter, warum macht das Ding so viel Schaden, obwohl ich nicht mehr Energie drin hab? Das ist heftig. Weil wir keine Rüstung haben, vielleicht so ein bisschen. Du hast eine Rüstung an, Digga. Du hast eine volle Eisenrüstung an. Du hast eine volle Eisenrüstung an. Ich hab' keine volle Eisenrüstung an. Ich hab' nur einen Helm und einen scheiß Schuhe. Helm, Schuhe, Haare stimmt. Das ist das einzige was, dir fehlt jetzt ne Hose. Und einen Hanisch hab' ich nicht an. Achso, ja. Kannst du schon verreckt. Vielleicht sind noch ein paar Sachen von mir unten, oder? Warum hab' ich zweit jemanden... Ich hol' mal eure Sache wieder. Ja, du hast wahrscheinlich ein bisschen was von Futos Sache gesnackt. So, zum Abschluss der Folge geh' ich mal noch Sache für die anderen beiden wieder rausholen. Und da unten lag nichts mehr, das ist das Problem, mein Freund. Ja, dann hat Markus dein Zeug snackt. Ich bin tot. Ich bin nicht alles. Alter, was habt ihr hier für ein Ding reingebaut, jetzt? Das Ding hier war unnötig. Was? Gibt mir mein Ding wieder. Wer hier Block hier reingebaut hat, so als dass ich hier unten... Foto, du wirst jetzt ganz unten hingehen. Ich bin ganz unten. Keiner geht ganz unten hin. Verpisst dich. Du kommst nicht ganz runter, das ganze Knick. Doch, Fackelback. Ey, mein schönes Mal weg, Alter, Mann. Wie hier unten einfach noch Sachen liegen und Foto erzählen? Ja, halt, hier liegt nix. Na, dauernd mich auch wieder hochgefahren, Fleo, flogen. Ich hab' alles. Kommst dir nicht mehr raus, Foto? Weil du mich nicht gebaut hast. Oh, verpisst dich, Mann. Fuck you, geh ab! Oh, Mann, wenn du bist du schmacken. Bist mal auf den Sack. Gib mir mein Zeug wieder. Ja, habe ich doch schon. Gib mir mein Zeug wieder. Jetzt braucht man bitte den Brunnen wieder, da sind Strömungen drin. Ja, ich muss dir Foto machen. Gib mir mein Zeug. So was kann man Foto nicht geben, das ist so gefährlich. So, der Weiding Laser, da, ein Jetpack habe ich hier noch. Ja. Ist das wirklich Foto? Aua! Ja, hier sind Jetpack der Weile, wo man da gab, schießt. Was du denn? Was denn? Was denn? Hey, voll, ich bin hinter dir. Er kommt wahrscheinlich wieder. Oh, er futtert den Töten. Hast du, so hat die Töten? Lass ihn doch einfach fliegen. Beherber, da heißt ein Move. Jetzt geht man mal ein Zeug wieder. Findet ihr damit, wenn ich nicht verdient bin. Mach sie bei der Marvel. Oh, und das? Verpiss dich, du. Wah, sie hat mich auch gezählt. So, Leute, an der Stelle über die Sagen war's, dass wir wieder, wir haben wieder ein bisschen bisschen Spaß gehabt. Wir haben wieder ein bisschen Spaß, Spaß. Wir haben die Turtle gestartet. Einmal würde ich jetzt auch sagen, der Turtle kommt. Gib mir mein Zeug wieder. Was die Turtle jetzt hier gemacht hat. Wir machen einen Laser-Kampf. Ich will mein Zeug wieder haben. Oh, Schott. Danke ihm das auch noch zu dem Rest von seinen Sachen hinzu, weil die hat alle Markus. Die hab gar nicht ich. Ich hatte nur deinen Laser, weil den hat Markus vergessen auch zu sagen. Gib her, gib her, was du hast. So, die Turtle, naja. Ja. Markus, gib mein Zeug wieder. Ich bin doch gerade dabei, du Pisser. So, die Turtle ist doch gerade vorbei, du Spastien. Die Turtle ist doch gerade vorbei, du Spastien. Die Turtle ist doch wieder stehen geblieben. So klappen, hey. Warum bist du unsichtbar? Ich bin nicht unsichtbar, du musst disconnecten. Du musst wieder ankommen. Ex-Krawate-deut. Ja, Mann, halt. Ja. Disconnecte. Gib mir mein Zeug wieder. Ey, ich hab dein fucking Zeug gekriegt. Ja, ich hab genau, ich hab zwei Schaufeln, vier Knochen und Diamant. Da hast du, ja. Da, damit du. Da, damit ich bezahlt habe ich dich gegeben. Ja, eben, sage ich, ich hab das mal alle. Die liegt ein Diamant-Tool, du wickst. Ja, dann müsst man nicht. Hast, ne, nicht mehr. So, okay, Leute, an der Stelle würde ich sagen, war's das dann jetzt auch wirklich unsere geile Turtle. Baut hier doch aber weiter, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Take it live. Mein Zeug. Hey, ich hab dir da ein Scheißzeug gegeben. Hier ist ein fucking Diamant-Tool. Ich wollte es gerade nicht. Tschau. 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 So. ... ... ... ...